Nightlife, Restaurants, Shopping, Entertainment und mehr. Entdeckt die Top-Adressen in und um Augsburg und sichert euch exklusive Vorteile. Klickt players-card.de So, vor dem Spiel, vor dem Schlagerspiel in der Kreisliga Augsburg, der Top-Torjäger des Kissinger SC, André Busch. André, sieben Tore bisher. Am Sonntag gilt es den TSV Gökkingen die erste Niederlage beizubringen. Werden deine Tore dazu beitragen? Ja, ich hoffe mal. Ich sage mal, wir haben jetzt gut trainiert die Woche und wenn die Einstellung passt von den ganzen Leuten und wenn wir konzentriert zur Sache gehen, dann sollten wir am Sonntag Gökkingen schlagen. Wir spielen daheim. Ich hoffe, dass ein Haufen Zuschauer kommen und zu Hause müssen wir eigentlich einen Dreier holen. Zielsetzung der Dreier, André Busch. Wir werden sehen, ob er nachlegen kann. Dein Töpfenspiel? 2-1 für uns. Gut, wir sehen uns am Sonntag, André. Danke.